Oder auch nicht. Doch, wir sind zu Hause. Da ist der Gang. Ja, stimmt. Ich will nur mal gucken, ob sich irgendwas in einem Haus ändert. Ich denke nicht. Wollen wir schlafen gehen? Ja. Gehen wir schlafen. Willst du auch mal ein Level spielen? Nicht heiß, dass ich hier wieder alles allein spiele. Ich schließe das Kiro. Auf der Straße. Die Hand bewegt sich. Hi. Mit X interagierst du. Abgetrennte Hand eingesammelt. Das ist doch wohl doch gerade voll ein Level für mich hier. Und mit A kannst du dann diese Seiten wechseln, wenn du an der Wand stehst. Ah, okay. Wir haben rechte, also RT ist Rennen. Und ich glaube, aber Schleich macht er eh von alleine. Okay, du brauchst doch noch mehr Arme. Interessante Sache. Du hast noch einen. Hier müssen Arme sammeln. Aber vielleicht brauchst du den Arm zurück, um hier rein zu ziehen. Okay, was machst du hier? Du musst probieren mal was aus. X. L-T-R-T-R-I. Kannst du irgendwas machen? Ah, okay. So trägst du die Welt, okay? Ach du, Highland. Damit du dann in eine andere Richtung laufen kannst. Aber das ist doch jetzt dieselbe Richtung. Ne, du gehst jetzt nach links. Wo du vorher jetzt... Du gehst jetzt eigentlich in unsere Richtung. Und der, wo wir eben geguckt haben. Ähm. Irgendeine Richtung. Ja, sie ist selbst reagiert. Aber es ist noch kein Stromschraubverstein. Ich gucke erst mal auf den anderen Hebel. Ne, da brauchst du erst die Zahnreine rufen. Und doch erst Strom rauf. Ah, okay. Ah, okay. Ist da nichts mehr? N-n. Okay. Du kannst da gerade rüber, ne? Okay. Okay. Autotür. Oder was? Ah. Ah, Schlüssel. Okay, oder Dietrich. Parkohren hier ist Ende. Da oben ist eine Hand. Wo denn? Du kommst da aber nicht ran. Rechts oben auf dem Regal. Okay. Das ist nämlich die Idee, die wir gerade aktivieren. Hm. Aber auch interessant gemacht, dass du dann so die Kamera drehst. Autobatterie. Die könnte vielleicht bei dem Spiel gebraucht werden. Dass er damit den Strom versorgt. Was haben wir hier? Da hängt schon Autobatterie dran. Guck mal. Okay. Du fährst mal auf der mittleren Höhe, dass du nachher, wenn du rumdrehst, da rankommst. Noch ein Stückchen tiefer? Noch ein Stückchen. Ja. Da wird es irgendwas stehen lassen. Ah. Ganz hoch. Ganz schnell rüber. Drehen und wieder zurücklaufen. Okay, dann müssen wir nur noch wissen, für was. Da wird was drinnen liegen. Das wird ja sein, wo der Arm drinnen liegt. Ja. Ich gucke mich erst mal komplett um hier. Ja, ja. Alles gut. Jetzt spielen wir mit den Joysticks. Was ist denn? Okay. 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 Oh, echt jetzt? Du musst dann die Karte drehen, damit du andersrum bist. Oh, verdammt. Jetzt habe ich es versaut. Dann löscht er einfach nochmal ganz nach hinten durch und wieder zurück. So, jetzt zweimal die Karte drin. Ich würde das erstmal... Ganz hoch und dann wäre es selbe Effekt. Ganz hoch und zweimal die Karte drin. Und wieder zurück ran. Nochmal. Und zurück ran. Nein! Nein! Das war einmal falsch rum. Autoschlüssel. Perfekt. So gemacht. Jetzt müsstest du rechts in den Park reinkommen. An hier kommst du nicht, weil du nicht über die Tonne drüber kommst. Ja. Wo war das? So war das Auto. Rechts ist von dir das Auto. Kurbel. Kurbel. Hier war nichts weiter, ne? Ne. Ich sehe nichts. Das war schon ganz links. Warte, bevor du das machst. Da war hier dieses... Aber jetzt hast du eine Kurbel. Kannst du damit was machen? Kann ja sein. Ach, da war nur die Autoballerie. Alles klar. Ich denke mal, die Kurbel werden wir wahrscheinlich für die Hebel mitbrauchen. Kann sein. Hier war das. Und was ist hier? Ach, das war das. Das war das jetzt hier gerade. Und mehr Varianten. Genau. Hier kann man nochmal gucken. Das war das erste, ne? Das war das erste. Da haben wir auch noch nicht beiseite. Was haben wir hier? Ein Hebel. Und was macht er beim anderen? Da will er was haben. Autobatterie bestimmt. 4-Z-Hebel. Das geht runter. Hast du zwei verschiedene Einschränkungen? Ach du, Heinand. Ah! Sehr schön. Und der nächste. So, das Vieh ist jetzt auf der anderen Seite. Lauf, 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 lauf. Und nochmal rum. Und da ist Erbchen Nummer zwei. Hello. Ich finde den Arm cool. Dann nimm. Abgetrennte Hand. Neue Gegenstand. Sehr schön gerätselt. Hast du das auf der anderen Seite? Achso, du hast ja gerade selber gedreht. Er dreht nochmal. So, dann müsstest du jetzt hier. Das ist so cool. So eine Kurbel funktioniert nicht. Wahrscheinlich ganz hinten am Automaten dann zum Schloss. Guck mal. Hier? Ja, wenn dann alle Arme drin sind. Mhm. Hier war nicht klar. Hier sehe ich nichts, ne? Und nach links? Ja, da ist ja dieses Schloss. Hier wollen wir jetzt hier durch. Nee. Hier war das. Okay, dann ist die Seite so weit. Da muss ich wirklich in das Schloss rein. Nee, das da hinten? Da wo Park steht oder was? Ja, ja. Da kommst du jetzt ja nicht rein. Oder du musst dich beim Laufen vorsichtig bewegen, dass du mal vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, bis du hinten draus bist. Das vermute ich. Ja, eins, zwei, eins, vier, zurück. Eins, vier, vor, eins, vier, zurück. Und jetzt kommst du auf. Fass mal. Ich glaube, dir im fehlten Arm. Ah, nee, der hat noch zwei. Ah, du klaust ihm nachher den Arm, glaube ich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Der spielt Elefant. Natürlich, der spielt Elefant. Wobei es auch interessant wäre zu sehen, die Todesanimation bei dem. Ohne, wir wurden ja erschossen. Nee, hier ist noch. Und da ist noch ein Schloss. Grobe? Ah. Woodside. Wenn du mein, du kein, du eine Freund. Na, 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 na. Ja. 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 Es sieht halt wirklich so aus, ey. Sieht mega ulkig aus. Ich dachte, ich habe manchmal schon einen inneren Dach klatschen. Hallo, Auto, komm raus. Du solltest langsam laufen. Sehr schön. Machst du nach rechts, bevor du jetzt siehst? Mal gucken. Hier war die Batterie, da war das. Das war es runterlassen, genau. War das hier? Nee. So rum. Ja, so rum. Aber wofür braucht man denn den Uhrzeiger? Das würde nicht gehen. Das muss genauso sein mit der Hand dann. Brauchen wir nichts weiter. Was hatten wir denn jetzt, wo der Uhrzeiger ist? Ich gucke einfach nochmal alles durch. Nee, klar. Ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe. Ich muss schon sagen, interessant ist das Game auf alle Fälle gemacht. Hier bei den Uhrzeiger da vorne noch zu ans Radern, vielleicht geht das ja. So, nee, jetzt kann es nämlich, der eine macht das kleine Zahn an, dann ist das obere wahrscheinlich und die muss die zu. Okay. Der Recht ist. Ich glaube, ich muss das da in das große da rein kriegen. Ja, dann macht das mal nach oben jetzt. Ich gehe nach oben. Das geht nicht nach oben. Ich kann nichts machen. Du kannst nicht nach unten machen. Nee, geh nochmal in die Mitte. Nee, warte, geh nochmal in die Mitte. Jetzt gehe nochmal, drehe nochmal das andere Rad. Dass das andere Stück nach oben kommt. Nee. Und das gibt... Auch, ja doch, jetzt den Stick nach unten. Den hier. Ja, den nach unten. Und jetzt wieder das Rad drehen. Ah. So, genau. Nee, du musst wahrscheinlich nochmal nach rechts gehen. So lassen? Nee, weil du musst nach rechts, weil du kommst in die Mitte nicht rein. Weil hier unten ist abgetrennt. Unten links an der Seite ist abgetrennt. Beim unteren Zahnrad, das kommt nicht in die Mitte. Aber, warte mal, ich müsste doch eigentlich trotzdem hier... Nee, weil du kommst nicht in die Mitte runter, weil das nur ein halber Stick ist. Deswegen du musst nach außen. Nach rechts oder nach unten? Nee, nach rechts. Okay, nach rechts. Oh nein. Oder nach unten? Nee, das waren wir, damit haben wir angefangen. Achso. Deswegen jetzt nochmal nach rechts, bitte. Also, genau. Jetzt hast du wieder ganz, jetzt kannst du in die Mitte schieben. So, jetzt schieb... Nee. Und damit lassen, jetzt müssen wir wieder den Stick drehen. Den rechten. Jetzt drehen wir den wieder nach unten. Genau. Und jetzt runter. Nee. Gerne. Und das runter. Wahnsinn. Darauf wäre ich jetzt gar nicht gekommen, so wirklich. Da läuft was neben dir. Nee, ist eine Hand. Die letzte Hand. Ja, manche Rätsel laufen bei mir gut, manche Rätsel laufen bei dir gut. Wie sie da antreiben, ein bisschen besser. So, das vierte Mal. Höhle. Und da ist der Ausgang aus dem Level. Das war ein schönes Level. Das war cool. Das war wirklich cool, ja. Einfach nochmal alles durchgucken hier. So hier ist nichts. Das ist neu. Das mit dem Flackern ist auch neu. Deswegen legen wir uns auch ganz schnell schlafen. Sollen machen wir das nächste. Machst du nochmal eins und dann machen wir schnell abwechselnd. Genau. Wussten wir ja nicht, dass das so ein Level mit sich aufgebaut ist. Ich weiß auch nicht, wie viele Level hier insgesamt kommen. Keine Ahnung. Aber das ist cool. Okay. Das ist schon mal sehr interessant. Geht nicht. Ah. Okay. Okay. Ich würde vielleicht nicht überrennen. Hm? Ja, das ist gut. Ich würde halt nicht überrennen. Ich würde halt gucken. Okay. Ich gucke doch trotzdem. Ja, das ist gut. Wow. Das kam überraschend. Aber jetzt kannst du vorne rechts gehen. Also das ist jetzt in die Ebene verschoben. Erstmal gucken hier. Da ist du. Musst du nach links gucken. Da ist du. Da ist ein Hegel. Ach so, Highland. Nach rechts gehen. Und da kannst du ja die Scheibe trennen. Ja, ja. So. Dann kannst du wieder nach vorne. Aber du musst nachher nochmal. Oder so. Ich würde es ja in die andere Richtung machen. Dann nochmal nach hinten. Ja, ja. Oder du kannst erstmal nach hinten springen. Das kannst du auch machen. Wenn du jetzt nach hinten springst. Kann ich nicht. Okay, dann kannst du das nachher mit dem Anruf. Okay, jetzt wird es verrückt. Du musst jeden Stromkreis einzeln machen. Je nachdem, wo du hin willst. Ach so, nee, warte auf. Ich muss erstmal hier. Das ist ja echt blöd. Jetzt wird es aber viel. Wirklich viel. Sonst wahrscheinlich den Fahrstuhl. Leute. Und jetzt? Okay, jetzt wird nur das. Aber warte, oben was? Oben links ist doch irgendwas an der... Das da? Ja. Sieht für mich eher aus wie eine Lüftung. Du kannst auch nicht an die Wand springen oder sowas. Ah, guck mal, da kommt irgendwas nachher rüber. Schau mal oben. Das müssen wir später machen. Müssen wir gucken, wohin das... Ach, die Lampen. Die Lampen müssen wir rüberschieben. Genau so. So hast du das perfekt gemacht. Na, lass los. Lass los. Eis die Glühbirnen rausdrehen. Bist du denn blöde? Verkochend Eis. Okay, dann jetzt kannst du das ja auf die andere Seite stellen. Genau. Bei dem brauchst du jetzt ja hier nicht weiter. Das geht jetzt um. Damit ist die Seite sogar abgefrühstückt. Aber ich kann nicht nachher rücken. Muss ich wahrscheinlich später machen. Ne, ich denke mal, die Seite hat... Ne, du machst von der anderen Seite wahrscheinlich. Die Seite hast du jetzt. Das kannst du hier theoretisch... Achso, ich hätte so hier dringen können. Achso. Okay. Von hier sind wir ja gekommen, also gehen wir jetzt nach hinten. Genau, jetzt wird es nach links, dass wir fast gucken. Okay, das bringen wir überhaupt nichts, weil du siehst, das Kabel geht nach oben und nach rechts. Okay. Oh, oh. Ich renne erstmal voll auf eine Luke. Auf eine Tür, auf einen Knopf. Ja, ich kann... Er kann ja ähnliches machen. Oh nein. Dann ändern sich auch noch die Schaltkreise. Interessant. Du musst den Schaltkreis zusammenkriegen. Ja, ja. Oh, da fehlt was. Ne, das nicht. Schade. Da fehlt wahrscheinlich so ein Verbindungsstück oder so. Ja, ja. Aber das Ergebnis ist schon mal richtig. Aber das ist wahrscheinlich zum Schluss der Ausgang, vermute ich mal fast. Dass du hier jetzt noch gar nichts sein sollst, sein musst. Ja. Ich glaube, du musst erst nochmal nach vorne, weil du hast da drüben hier auf der anderen Seite noch das eine Tor. Naja, aber von dort sind wir ja gekommen. Oder ist das der Ausgang, meinst du? Da ist kein Strom drauf. Hier ist es mir hergekommen. Das vorne. Was vorne? Wir springen um eins vor. Da? Und jetzt nach rechts. Da war auch noch ein Tor zu. Oder war das das, was wir hier rüber öffnen? Das öffnen wir hier rüber. Ach, stimmt. Ne, das öffnen wir unten über den Hebel. Kann auch das der Ausgang sein? Ich weiß es nicht. Dann ist es doch vielleicht erstmal hinten das Ding. Aber da fehlt uns das Verbindungsstück. Das macht ja keinen Sinn. Wir haben das Verbindungsstück nicht. Aber nicht verkehrt nochmal so mal zurück zu gehen oder sowas. Das hast du einen anderen Hebel ausprobierst. Sie hat auch nirgendwo was rumliegen. Ich auch nicht. Noch weiter nach hinten springen kannst du nicht. Nein, das habe ich gerade schon versucht. Ich versuche das jetzt hier so nochmal. ob hier noch irgendwie irgendwas war, was ich übersehen habe. Eigentlich klingt es ja theoretisch nicht. Aber jetzt haben wir abgeflügt durch rechts. Kommst du nicht weiter? Doch. Guck mal. Lieber und nicht. Warum soll das sein? Hier muss ich lieber nennen. Ja. Ich glaube, das war nicht richtig. Ich glaube, wir sollten das so lassen. Dann guck im Dunkeln rein. Oder sollten da gar nicht erst hin? Doch, aber im Dunkeln halt. Nein, ich glaube, wir sollten da nicht hin. Okay. Aber was machen wir dann an dem Spiegel? Oder kannst du Glühbirn reinmachen und wegrennen? Nee, der hatte ich sofort geploppt. Ich kann es nur mal probieren. Nein. Guck mal, da hinten ist das Drehding. Naja. Aber ich konnte mich gerade gar nicht bewegen. Ich habe gerade gleich alle Richtungen probiert. Guck mal, da unten. Die Tür muss zugehen. Ja, aber das Kabel kommt raus, wenn du hinten das Ding drehst. Du musst hinten das Teil drehen. Ja, aber hier unten ist auch noch ein Kabel. Ja, das geht von hinten. Das Ding geht an... Wenn du jetzt noch mal das Licht anmachst, wirst du es gleich sehen, was ich meine. Ja, ja. Weil da hinten ist die Drehscheibe. Und wenn du die drehst, kommt... Ich weiß, ich habe sie gesehen. Ich hätte sie auch gerade gerne so verwendet, aber es geht nicht. Nein, aber dann kommt am Boden das Kabel und das hat dann Strom. Und das geht dann nach draußen wieder raus. Das heißt, wir brauchen irgendwas für den Spiegel. Die Frage ist nur, was brauchen wir für den Spiegel? Ich hätte ja fast gesagt, ein Tuch zum Saubermachen oder so. Hier war ja nichts weiter, ne? Ne. Der fährt nicht, er ist kein Strom drauf. Achso. Aber der Fährer hat dich auch nur hochgefahren. Das bringt doch nichts. Da hast du die Quest genauso erfüllt, wie du es haben wolltest. So. So. Süß. Hätte sein können. Das bringt ja nichts. Du hast es hier richtig gemacht. So musst du den Anschluss machen und dann... Ja, ja. Und hier nach links? Und da schon? Will ich ja gerade gucken. Nein. Ne, war mir nur... Hallo? Beiß dich doch. Nö. Okay, das ist dein Verbindungsstück für hinten. Das wird der Schlange sehr schmerzhaft sein. Welches Verbindungsstück? Wenn du wieder in den Hauptraum gehst und nach hinten. Wenn du jetzt nach hinten springst. Ganz nach hinten. Jetzt nach rechts. Wenn das vor Druck ist. Achso, ja. Da kommt die Schlange rein. Ja. Das hast du überhaupt perfekt gemacht. Tut mir leid. Oh, du vergleichst dich jetzt ein. Jetzt vergleichen wir uns. Und da setzt du vor dem Spiegel die Maske auf. Dann tun die dir auch nichts an. Alles klar. Ne. Achso. Falscher Raum. Wo war das? Das hier? Ja, hier nach rechts. Aber da hast du keinen Strom drauf, weil du die linke Tür machst. Mitte linke Tür. War das die hier drüben? Ja, du musst das Ding hier nochmal drüben. Achso. Stimmt, ja. Jetzt müsste es passen, ja. Ja. Oh, jetzt müsste es da rauskommen. Ja. 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 Das geht noch nicht raus, geht in die nächste Ebene. Na doch. Geht raus. Sehr schön. Geht raus. Ja. 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 Ja.